und steine und so weiter können wir immer noch später verticken muss ich erstmal mal gucken ich suche hier die ganze Zeit nach irgendwelchen Leaks hier weil naja nur auf natürlich die vorwärtsinne Bundle Zeugs da irgendwann mal irgendwoher kriege obwohl ihr könnt ja den Frühlingszwiebeln abschalten manchmal passiert ist dass da was wächst was nicht wachsen soll die Frühlingszwiebeln zum Beispiel und dann kann ich das für teure Geld verticken wie auf Ebay nur Ebay ne Ware wird bezahlt aber du bekommst die nicht Hallöchen Hallo Nachbar ich habe mir nicht geschenkt danke sehr ach immer die Weiber Weiber und ihre komischen Komplexe ich werde sie nie verstehen hier sei doch haben wir noch irgendwas ne haben wir nicht Prozent Prozent doch hier Dr Mio und die Zermärkstür Taken Prozent dek Dylan Kiff ein Prozent Prozent einen ein haben грabend oder er erhöhlt kritisiert die erlöser der riechner den ruflusser die herrn der der bürger vorbeischauen aber er hat hier über einen grund durch das leben er wird kein kalt liex die wir noch um dein vorwärtigen Bundle weiter zu kriegen. Was ist das für ein schönes Lotterleben? Du läufst und läufst und läufst und arbeitstechnisch kommst du nicht einen Meter wirklich ernsthaft voran. Und ich hab so viel Kohle hier schon rausgeschmissen für Helmut Kohl, Blumenkohl und... Tomatos, Potatoes und so weiter und so fort. Ach, ja, so als Kupfererz. Ich guck mal, einfach mal Suggest, wovon wir einfach mal, haben wir noch irgendwie was? Nö. Ja, ist doch auch Rumpe. Äh, ja, hallo. Ihr beide leben außerhalb der Stadt. Bedeutet das irgendwas? Ja, dass ich dich Bumsen knallen möchte, weil sie so geil an heiße Schnitte bist. Nee, natürlich nicht. Ich bin kein notgeiles Schwein. Ich weiß, ich mach mal ja gerne meine Witze drüber, aber da muss nicht sein. Ich will gern mal den Arsch versuchen, nicht ruhig durchspanken. Ah, ist ja nicht jugendfrei. So. Na, muss noch ein bisschen wachsen, wachsen. Mann, mein Gott, wie langsam das Ganze immer, bevor sie hinwechselt. Ist ja... Pff, tja, ich weiß auch nicht. So, guck mal. Jupp. Bup. Bup. So, verticke ich immer und das ganze Zeug hier, den ganzen Scheiß hier... Deh, na und, äh Ne, ich brauche ich wieder noch. Ich dachte schon, ich könnte aber, ne. Vincent hat auch erst morgen Geburtstag, ne. Ach, ich geh mal oberhalb nur, weil, na und so, ich guck mal, ich guck mal auch gerade, wie lange, wie lange, wie lange nehme ich ihn grad auf? schon ne Stunde und zwölf Minuten bin ich schon hab mal auf zwei Stunden, eineinhalb Stunden mindestens angepeilt zur Aufnahmedauer mal schauen wie viel geduldig aber wenn man nicht auf die Uhr guckt da vergeht die Zeit wirklich echt schnell muss ich sagen ach nee geht nicht scheiße schade egal so sieben Uhr abends und wir latschen mal wieder hier durch und durch und durch und durch und durch ich sollte das Mikrofon nicht mal so dicht hier ran machen, sonst bin ich immer zu laut es ist immer blöd wenn man das Mikro mal die Entfernung verstellen kann aber jedes mal mal biegst du das hier immer so ein bisschen hin wieder her dann bist du zu leise, dann bist du zu laut und lalalala hast du nicht gesehen wenn du irgendwelche Materialen blaust, äh blaupausen mein Job ist in der Nähe das wurde, äh blaupausen wer hier?! Robin Hood ich nehme mich nur reichen und schütteln Klaus in Arme, äh Klaus in Arme, äh ne ich stehe in reichen, die müssen Arme, Joopold, nachher, obwohl bei Politik heute wird ich nehme ich den Arme, die müssen reichen leider war ich mein Gott, war da nicht auch irgendwo ähm blablabrblblablabrblblblblbblblblblblbl. Blin ist gut München von Koch hat erst mal am Morgengeburste. So. ich guck mal nur so mehr rein auch die Gründer und ich war eine warme Zeit die Vorhinein Bost Wörmeln um mich auf die Wörmeln für den bereits über Köln und sie haben die Lüge und die Gründer und Dörr der will nicht mehr in mein Tod bist Die Branche. Mein Gott, gib mir noch eine Runde. Hey. Hey, hier gibt es keine Haie. Ja, ich weiß. Wo ist Dagobert Duck? Wo ist Nelly, der Stern des Nordens? Im Klondoyk. Schönen Schuhen? Du, mal wieder mit einem der Spielhülle. Haben du rosaner kiel asks nicht schon genug, Koenigst lại, die Zerve gezeichnet Huhn. Ich weiß es nicht. Alalaralele deireire, dummelrobolo. B C siguiente du 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 d SDGr 12 Wing Quil drank sunny, Xing Quil drink D tyd zu im edl mit soviet ich will wde kohler Schäfling und Blöckling die Türken Hühnchen Gumpel hat im Alltag so ein paar überlegt die die Routine Planer im Urheil sie wird morgen den ganzen Tag und so nicht in Schönen ja ja wurde und schon die Läden wie nicht ohne Freude und es liegt mit mir in der Regel ist er muss in der Scheiß Stimme Rih-Run! Rih-Run! Lalalala! Du hast das schon gelernt! Ja, Scheiße! Lalalala! Und so weiter und so fort! So, also wir wollen... Oh! Mietzimauzi! Äh... Oh! Lalalalalala! Brem! Wann mach mich jetzt eine unruhige Hand? Ich hab diese Katze ja draussen irgendwo im einzigen Gägen von seiner Farben gesehen. Ich denke, sie... Äh, es streut einfach um. Ahm... Ich bin ein Hund! Ich denke, sie mag diesen Ort! Ähm... Durch und hier war da... Und seit... Nö... Das ist... Eine gute Katze soll mit der Gefahren... Wurruh... 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 Doch, natürlich... Äh... Ja... Mauzi... Snobini Cat... Lalalala... Scheinluckschel wie ganz ein Pokémon-Namen heißt... Mautzi... Mietzi... Mietze-Kotze... Wie kann ich sagen... Minka... Minka-Tinka... Ist ja ein Pornoname an... Minka... Jo... MINKEEE... Die notgeile Huren-Schlampe... Nee... Also... MAUN-CII... 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 Nichtoun save... N... 媽 jih... Ich denke das 들어�型 wird ein gutes Kätzchen... OK... Goswui... rinau... Schluck, schluck, schluck... Kotzenwische... So... Gießen... Äh... Ich mach es erstmal voll... Ne... Euro der Akkordeon er war Italienurlaub 1999 was war was nett ist aber bei uns vertausend war scheiße aber naja ist auch schon lange her am Strand der Wandel in Venedig glaube ich war das Venedig und ich bin mit dem Auto das hier hingefahren und das war langweilig ich war glaube ich habe damals dieses Brick Game wie es Brick Game wie man das nennt dass einer versteht was ich meine Brick Game ist diese Tetris Konsole die man in meinen Spielzeugläden kaufen kann diese 9999 in einem irgendwie gemacht aber irgendwie so Brick Game damit kannst du ne so Tetris spielen damit kannst du Pong spielen und 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 oh Vincent van Gogh hat gebürstert ich fälle mal einen Baum so weil ich kann und 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 so weiter und so fort genau wir haben 601 20 Euro soll ich das jetzt auch mal wieder in Kartoffeln investieren nö schnippe ich mal kurz weg schwupp schwupp so Alba hast du Fieber? nö ähhhh ö ETF LUP Ö ER Nö Blumen sind nur was für Mädchen wenn sie sind auch Mädchen irgendwie ja wer weiß vielleicht macht er eher in 20 Jahren der Geschlechtsumwandlung und so wenn es ein Verbotergeburt ja die Sonne die Kölner der Däute auch in den Glocken gelernt irgendwann mal irgendwann in den 1880er Jahren Vincent mein Liebster welchen Tag haben wir heute Mittwoch Hallo äh Scheiße Guck mal hier aber Ehe Röder Börb 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 Ler Ler Börb Weisse wird Ö ich esche den ganzen Scheu ist einfach Blumen essen, das hat er noch nicht niemanden geschadet der ganze rotz kommt in den Mülleimer, weil ich kann es ist ja nicht verboten um 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 wir finden wir mal wieder was Interessante Röhrer 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 wir haben immer noch nie das genug das Geld ist Röhrer Röhrer die Biblia und Lüchen wie viel ist die erste heute genommen über die Oberfläche vor Ort und über die Oberfläche und die Oberfläche die Olimper vertauern oder der Eier so der Rede der Rede der Lüge die die Stühle die 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 gut er So, bam, bam, drei, bam. Eine Geode gefunden, GeoGebragebode. Like a rolling stone. Quatsch. Arbeite. Das Sound ist gar nicht mehr so schlecht, irgendwie. Könnte auch ein Fan der Rhodes Piano sein. Der hat aber einen echt guten Geschmack für Musikinstrumente. So, der... A, Pup, 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 Pupo, A tolls. Uuhh, uh... So, So. So. Hast sogar noch einen Minenschach gefunden. Das ist ja unglaublich. Ich kenne schon malyn, että sinist fumigare. Was... nonin. Ich kenne schon? Dulo erzählten Was haben wir? Topaz. Hab ich Topaz gefunden. Topaz. Ich geh mal mit nem Schwert voraus, weil man kann ja nie wissen. So. Topaz. So. Hopp. Na ja, manchmal findet man doch weg. Ich bin manchmal so still, weil... Ich weiß auch nicht, warum... Frag mich das nicht. Es ist halt nicht immer einfach zu reden und gleichzeitig zu spielen. Versuch doch mal selber. Es sieht mir so einfach aus. Es ist nicht einfach, wie man nur den Einschein hat. So. Mineral. Der Neue ist zu dem Museum. Museum. Oh. Geben wir mal... Wo war das schon? Ach so. Das müssen wir mal runter. hier. So. Münzen von Goch. Leonard Bis 4 Uhr hat der auf und dann bin ich zu spät dran Oh, ich- Oh, der ist nicht da. Ich hab' das verlassen, da kann ich alle möglichen Sachen klauen. Das Zeugnis ist immer noch da. Mann, Mann, Mann. Aber auch echt scheiße Höhe. Tja, es scheint gerade schon die Sonne draußen sogar, sehe ich gerade. Ja, langsam merke ich auch, dass die Tage einen Tick länger werden. Und Mann, 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 Mann. Irgendwie ruckelt das jetzt gerade ein bisschen komisch, frage ich mich nicht, warum? Ja, da. Mal schwupp, schwupp, schwupp. Ja. Und ja, tja, ach, weiße. Ich weiß auch nicht, was da gerade das Problem ist. Ich bin gerade so am Ruckeln, ich bin so fett am Ruckeln. Gerade irgendwie merke ich, da ist irgendwas. Im Busch. Im George Bush. Ja, wie lange nehme ich denn eigentlich gerade schon auf? Knapp anderthalb Stunden. Also wenn das schlimmer werden soll, dann muss ich auch noch einmal früher beenden als geplant. Alter, ich bin ein bisschen ärgerlich gerade, dass die Performance hier ein bisschen leidet. Hmm, naja, also gehen wir mal ein bisschen wir lang. und und weil sie jetzt der könnte ich immer noch gucken Fiber Fiber Cyber Cyber Fiber der Herr der Kibernethik so schlusslich bei ganzen Fasern könnte ja 4 im Okus nur wie bisher zu schnappolieren ja natürlich über die Europäische aber auch was wer eigentlich viel für mich auch nicht wo ich würde dies stellen es wird nicht ein bisschen blöd ja ja ich bin ja nicht nur das Teil der Kronen der Zoll ich kann noch nicht so gut wo wir in der Nähe irgendwas machen weil ich habe ich kann ich halte beim nächsten Mal der Aufnahme dran denken nicht den Fehler zu machen und einfach so ohne Ideen für und was weiß ich was ich bin ich schreibe ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin er auf jeden Fall ich werde mir beim nächsten Mal aufschreiben über was ich hier nur reden könnte wenn ich da wohl nicht an denke vielleicht war der Scheiße irgendwann gerade noch ein paar Ideen gehabt worüber ich reden könnte habe ich aber eine Fehler gemacht und habe ich nicht aufgeschrieben ja wieder mal was sei so dann geh ich einfach mal hin ich rede einfach mal über das Spiel weil ich kann ja nicht anders ich wollte eigentlich noch unten zum Strand gehen ein paar Sachen abgreifen aber nö weißt du Gott ich geh jetzt knacken mich verursachen ja rütteln wenn du holst er Grüge für Ego möchte ich mich um die Schwiggelbombe gelbte zudem die 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 auch unter der oder oder wir können dich er grüßelbekommen eine höchste nur so und von mir soll man gewähren ist klingt als wenn du die anstrahln woche ich brauche schon an der urte immer erledigt die 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 den 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 er die die dann weiter geht Schwuppelig und schwupps, schwupps, schwupps und weiter machen wir. Wir müssen alles nass machen. Eine Sprinkleranlage bräuchte ich ja bald auch. Das kann ich unmöglich an einem Tag irgendwann bewältigen, wenn ich immer so riesenfette Millionärsfelder habe, also stinkend reich bin. Potato, Tätokowski, Tomato, Potato. Oh, Katzelein. Miau. Guck mal hier. Ich liebe dich trotzdem, obwohl ich dich nass gemacht habe. So. Ja, ja, ja. Schwupps. Ja, bum bum, bum, ba dum, ba dum, ba dum. Schwupps. Schwupps, ja. Wir füllen mal auf. Den nächsten Tag muss ich nicht dran denken. Wir füllen mal auf. Wir füllen mal auf. Wir füllen mal auf. Wir füllen mal auf.